hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten live stream hier im android kurs kurs mobile apps für android von der vhb mein name ist alexander basso von der uni regensburg ich weiß gar nicht warum ich mich vorstelle die kennen mich ja mittlerweile schon und viel wichtiger ist dass sie vielleicht kurz hallo sagen schreiben sie was nettes in den chat rein und dann sind wir alle beieinander und können anfangen schön dass sie wieder in so großer zahl so früh am morgen da sind wir machen heute eigentlich das gleiche was wir jetzt jede woche machen werden wir schauen uns die bisschen leise besser hören sie mich jetzt besser perfekt wir machen das gleiche was wir sonst auch immer machen wir schauen uns die inhalte dieser vorlesungs oder lernwoche praktisch an entwickeln wieder eine kleine app zusammen und versuchen dabei dann diese sachen so zu vertiefen dass sie die in der anschließenden übung wieder selbstständig auch anwenden können bevor wir damit starten gibt es vielleicht ein paar sachen die wir kurz besprechen sollten erstmal ein paar sachen organisatorischer natur also das betrifft jetzt nur die leute die hier auch tatsächlich sind weil sie den kurs über die vhb in ihr studium einbringen möchten ich habe ein bisschen was aufgeschrieben erster hinweis ist sie haben jetzt zum ersten mal in dieser woche lernmaterialien bekommen die ich relativ stark überarbeitet habe gegenüber den letzten semestern das heißt wenn sie da irgendwelches feedback haben wenn sie mir sagen könnten ob sie mit diesen folien irgendwie gut arbeiten können mit diesen zwischenschritten der eigenen implementierung würde mich das sehr interessieren vielleicht grundsätzlich mal die frage wir hatten schon mal ein blick auf die sachen geworfen die ich gestern bereitgestellt habe schreiben sie einfach mal ja nein in den chat rein ob sie da schon zugekommen sind sich die sachen anzuschauen ok also wenn sie da mal ein blick drauf geworfen haben dann würde es mich interessieren ob sie damit erstens gut arbeiten können müssen sie jetzt nicht sagen können sie auch in discord oder so mal schreiben oder mir auch irgendwie anders das zukommen lassen die information und was mich auch interessieren würde ist ob sie glauben dass zum beispiel zu diesem folien satz user interface design es hilfreich wäre wenn ich das ganze noch mal als eine art vorlesung einspreche ich bin mir da nicht so sicher ob das nicht vielleicht eh weil das so viel text auf den folien steht für sie angenehmer ist wenn sie da in ihrem eigenen flow und ihre eigenen geschwindigkeit durchgehen aber schauen sich das in ruhe mal an und machen sie sich ein paar gedanken dazu und geben sie mir dann feedback wie sie das finden dann zweiter organisatorischer hinweis wir hatten ja angekündigt am anfang vom semester dass wir ihnen zweimal im semester so muss ich ganz kurz mein smartphone ausmachen sollte natürlich nicht bimmeln schuldigung dass wir zweimal im semester ihnen so eine kleine aufgabe geben eine art studienleistung die völlig freiwillig ist in der sie ein bisschen mehr zeit haben eine kleine app zu entwickeln und zu der sie dann auch feedback von uns bekommen was die implementierung angeht was die codequalität angeht was die funktionalität angeht da wollte ich jetzt nur schon mal ankündigen dass wir das wahrscheinlich ende nächster woche anfang übernächster woche das erste mal machen werden und sie haben dann so zwei zweieinhalb drei wochen zeit sich mit dieser aufgabe zu beschäftigen und wenn sie feedback von uns bekommen wollen dann laden sie ergebnis später in ilyas hoch und wir schauen uns das dann an und ja sagen ihnen was sie sehr gut gemacht haben und wo sie vielleicht noch dinge verbessern können also behalten sie das vielleicht mal im hinterkopf ich trage es auch im laufe des tages wahrscheinlich dann in ilyas ein in diesem kalender ist auch ein hinweis ich weiß nicht ob sie das mitbekommen haben im ilyas kurs gibt es so einen kurskalender und da habe ich schon mal alle wichtigen informationen was zum beispiel die projektarbeit was die anstehende klausur et cetera angeht eingetragen also wenn sie so ein überblick haben wollen was in diesem kurs wann passiert dann werfen sie einen blick auf den kalender haben sie den schon gesehen im ilyas kurs schreiben sie auch einfach mal kurz ja nein rein in den chat wenn sie nein schreiben dann schauen sie mal rein ich glaube das ist ganz hilfreich die können sie bestimmt auch irgendwie runterladen und abonnieren und in ihren persönlichen kalender überführen dann wir sind gleich durch mit der liste für die leute unter ihnen die nicht an der uni regensburg studieren das jetzt eine information die ist jetzt noch nicht so akut aber die wird später akut wir müssen ja irgendwann diese klausur schreiben ende juli anfang august habe jetzt den richtigen termin gerade nicht im kopf ich glaube irgendwie in der letzten juli woche oder so und das machen wir über das e-prüfungssystem der uni regensburg da brauchen sie normalerweise einen account von der universität regensburg damit sie sich einloggen können wenn sie an irgendeiner bayerischen hochschule studieren und wenn sie den kurs für die in der vhb annehmen oder belegen dann nehme ich das jetzt einfach mal an dann können sie sich relativ automatisiert einen account für die uni regensburg erstellen ich würde sie bitten dass sie da vielleicht schon mal schauen das ist die seite vom rechenzentrum der universität regensburg unter benutzerverwaltung und da finden sie ein formular mit dem sie sich als externer student als externe studentin von einer bayerischen hochschule studieren und dann können sie sich ein automatisch einen account für die uni regensburg erstellen können machen sie das vielleicht einfach mal ich werde sie im lauf des semesters immer wieder daran erinnern probieren sie das einfach mal aus im idealfall machen sie das gleich jetzt vielleicht irgendwie im lauf der nächsten tage weil es gibt glaube ich so ein oder zwei hochschulen wo das nicht automatisiert funktioniert also da müssen sie vielleicht selber mal ein auge auf drauf haben am ende wenn sie die klausur schreiben brauchen sie irgendwie diesen account damit wir das irgendwie möglichst gut für alle regeln können und es sollte eigentlich kein problem sein also schenken sie das vielleicht mal und erstellen sie sich da als externe studenten externe studentin ein account bei uns an der uni regensburg dann zwei punkte noch feedback geben ich habe ihn jetzt diesen ersten beiden wochen von einigen von ihnen schon feedback zum kurs erhalten auch sehr konstruktives feedback und das freut mich und da möchte ich mich auch für bedanken und ich würde alle anderen auch ermuntern uns zu sagen was sie irgendwie gut finden vor allem auch was sie irgendwie schlecht finden wir haben so einen gewissen spielraum in dem wir den kurs auch gestalten können wir können sicherlich nicht alles umsetzen was sie sich wünschen aber wir können es nur verbessern wenn sie uns sagen was irgendwie nicht so toll läuft also geben sie gerne feedback seien sie konstruktiv ich glaube auch die anderen tutoren und tutoren freuen sich wenn sie ihnen so ein bisschen helfen dabei vielleicht die übung besser zu gestalten und ich persönlich freue mich über alles was sie irgendwie mir zu dem kurs sagen also lassen sie uns feedback zukommen und in dem zusammenhang überlegen sie auch mal was so ihre erwartungshaltung an den kurs ist wenn sie irgendwie sehen oder glauben dass die materialien vielleicht nicht vollständig sind dass die vielleicht veraltet sind dann sagen sie mir das auch und dann können wir darüber sprechen warum das vielleicht so ist und was ich für möglichkeiten habe das zu verbessern kurzes beispiel ich habe ihnen ja gestern noch verspätet diesen foliensatz hochgeladen über die adapter und was mir heute morgen aufgefallen ist ist dass in dem quellcode den ich dort verlinkt habe noch die kommentare fehlen und das sollte natürlich nicht so sein sollten nicht von uns irgendwie code beispiele bekommen in denen nichts außer code drin steht das mag vielleicht sein dass unser code so toll ist dass der für sich selber spricht aber in einer lehrveranstaltung ist das eigentlich ein no go ihnen irgendwas zu geben was nicht kommentiert ist und wenn sie sowas merken einfach kurz bescheid geben das ist in der regel irgendwie versehen und dann ändern wir das auch okay so viel zum organisatorischen gibt es von ihrer seite irgendwie dinge die sie nach den ersten beiden wochen loswerden wollen irgendwelche organisatorischen fragen die man jetzt kurz klären könnte oder inhaltliche oder sind sie im moment wunschlos glücklich können sie auch einfach mal kurz in den chat reinschreiben ob sie irgendwie dringende fragen gibt oder auch nicht okay es scheint jetzt scheint hier jetzt im moment alles gut zu sein dann machen wir doch vielleicht auch zum aufwachen noch mal so ein kleines quiz ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet an fragen die sich auf die letzte woche und zum teil auch auf die neuen lerninhalte beziehen und wir können ja einfach mal schauen was sie so mitgenommen haben und ich starte jetzt mal wieder unser kleines quiz kit diesmal mit ein bisschen weniger zeit zu beantworten also noch mehr möglichkeit vielleicht jetzt auch aufzuwachen und lädt das quiz wieder ein wenig ich glaube irgendwann sollten sie hoffentlich etwas sehen genau sie sehen jetzt im stream dass wir gleich mit unserem quiz starten also bereiten sich vor gleich geht's los und hier kommt die erste frage in unserem kleinen android quiz auf welcher basis welcher klasse bereiten wir den wechsel zwischen zwei activities vor das haben sie letzte woche relativ häufig gemacht wir haben das diese wir machen das diese woche auch nochmal und und ich nehme an dass die meisten von ihnen zumindest habe ich das so in den übungen mitbekommen hier ohne probleme die richtige klasse nennen können genau intent ist diese klasse mit der wir objekte erzeugen die eigentlich nur repräsentieren dass wir von einem ort in unserer app in die andere wollen und das haben die meisten von ihnen auch richtig beantwortet was wir heute übrigens machen werden ist wir werden uns diese objekte noch mal genauer anschauen und wir werden heute lernen wie wir mit diesem intent der von einer activity in die andere überleitet wenn wir denen auslösen auch informationen übermitteln können das ist ihnen vielleicht schon aufgefallen dass wir einige beispiele haben die ja relativ krude design sind weil wir genau diese möglichkeit noch nicht hatten irgendwie informationen zu übergeben denken sie an diese walkthroughs wo es vielleicht irgendwie sinnvoll gewesen wäre den einzelnen activities immer zu sagen was sie denn jetzt darstellen sollen und wenn wir irgendwie eine möglichkeit hätten mit diesem intent nicht nur zu sagen wechsel von activity a nach activity b sondern auch der activity b dann zu sagen mit was sie arbeiten soll wäre das wahrscheinlich für viele 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 anwendungsfälle sehr hilfreich machen wir heute dann schauen wir mal als nächstes ich habe glaube ich auch im stream schon ab und zu mal diesen begriff entwurfsmuster erwähnt ich habe die dieses konzept auch in dem foliensatz noch mal ein bisschen aufbereitet und es ist tatsächlich eins meiner lieblingsthemen deshalb auch diese frage müssen sie sich nicht wirklich merken ich glaube sie können auch gute software entwickler entwicklerinnen werden ohne dieses wissen aber falls sie das genauso stark interessiert wie mich dann können sie das ja vielleicht ein bisschen nachdenken beantworten okay da gehen die meinung ein bisschen auseinander vielleicht haben sie eigentlich so im hinterkopf und vielleicht ist die frage da ein bisschen merkwürdig oder unverständlich gestellt was der begriff in der software entwicklung bedeutet ich habe jetzt gemeint woher der ursprünglich kommt und der kommt nicht aus der software entwicklung sondern er kommt aus der architektur auch nicht aus der software architektur sondern aus dem bereich wo gebäude gebaut werden und geplant werden vorher und christopher alexander war die person die so in den 60ern anfang der 70er jahre diesen begriff wirklich geprägt hat und dann haben unter anderem wir in der informatik das übernommen erich gammer martin fauler sicherlich auch keine schlechten antworten erich gammer vor allem als einer der autoren die ja dieses gang of four buch design patterns für object oriented programming geschrieben haben das ist so unsere bibel für das nachschlagen von design patterns martin fauler auch ein ziemlich berühmter software engineer der wenn man jetzt über die patterns nachdenkt zum beispiel für oder ja entwurf muster oder architektur muster nachdenkt für die micro services architektur so ein bisschen steht und wie die kolani der hat nichts mit informatik zu tun ist aber ein sehr sehr bekannter deutscher industrie designer gewesen also heißt es sich ein bisschen für design interessieren können sie den namen ja mal googeln ok dann müssen wir irgendwie unsere ui elemente die wir in unseren layouts wunderbar designt haben im code verwenden und dazu gibt es eine methode die wir noch zum erbrechen immer wieder verwenden werden und vielleicht kennen sie die sogar schon auswendig und können hier die frage relativ leicht beantworten ja das schaut sehr gut aus find view bei die anderen methoden klingen so ähnlich aber das ist die methode die wir verwenden um dann in unseren activities die user interface element die wir in layout files definiert haben in eine form in einer form zu referenzieren mit der wir im programm arbeiten können eigentlich ganz blöd gesagt die gibt uns ein objekt zurück ein java objekt zurück was stellvertretend für das user interface element steht und alles was wir mit dem objekt machen wird mehr oder weniger dann auch direkt im user interface angezeigt dann neuer inhalt wir haben in den aktuellen vorlesungs folien und so ein bisschen damit beschäftigt wie man diese verbindung zwischen code und ui elementen noch optimieren kann und für diesen klassischen anwendungsfall dass sie auf der einen seite eine datenstruktur haben auf der anderen seite irgendwie sowas wie eine liste im user interface die diese inhalte der datenstruktur auch immer aktuell anzeigen soll gibt es komponenten in dem android framework die uns erlauben diese verbindung relativ automatisiert zu erzeugen und das sind tatsächlich die adapter anderen namen machen vielleicht auch irgendwie ein bisschen sinn oder ergeben sind aber der richtige begriff ist tatsächlich diese adapter oder sind diese adapter klassen dann gibt es okay das wird jetzt wahrscheinlich eine sehr leichte antwort sein aufgrund des typos ich kann ihnen ja sagen was ich eigentlich schreiben wollte ich wollte nämlich eigentlich array view schreiben also das ist jetzt ein geschenkter punkt list view linear layout relative layout gibt es tatsächlich als view groups also als diese komponenten im user interface die andere views diese zentralen elemente von unserem user interface beinhalten können array view hatte ich gedacht wäre irgendwie vielleicht etwas was sie so ein bisschen auf die falsche fährte rücken könnte aber wenn ich mich dann verschreibe selber schuld aber immerhin einige haben sich vielleicht irgendwie davon verwirren lassen kleiner hinweis für diese quizzes meistens ist es so dass ich wenn ich ihnen vier möglichkeiten gebe ihnen sage was nicht zutrifft und deshalb vielleicht an die frage noch mal ein bisschen genauer lesen also kann mir gut vorstellen dass vielleicht die leute die jetzt irgendwie linear layout oder sowas angekreuzt haben vielleicht nicht gesehen haben dass die frage war was gibt es denn nicht als view group jetzt haben wir glaube ich noch eine frage wir haben uns auch in dieser woche mit den neuen materialien so ein bisschen mehr mit dem manifest beschäftigt dieser diesem zentralen vertrag oder dieser zentralen sammlung von informationen über ihre app und da müssen wir verschiedene dinge die wir in unserer app benutzen möchten registrieren oder eintragen damit wir die verwenden können eine von diesen sachen ist es nicht die müssen wir dort nicht festhalten die anderen drei schon und jetzt warte ich noch kurz auf ihre antwort und die richtige antwort ist natürlich animations wissen wir eh noch nicht wie wir die im android umsetzen aber was wir auf jeden fall ins manifest eintragen müssen sind die activities die wir verwenden wollen auch vor allem die zu denen wir wechseln wollen sonst stürzt unsere app nämlich bei dem ausführen des intents ab die services sind möglichkeiten wie wir im hintergrund arbeiten können später auch das müssen wir in dem manifest eintragen und was wir auch eintragen müssen und was jetzt vielleicht im gegensatz zu anderen plattformen für die sie entwickelt haben in der vorherigen zeit was ganz interessant neues sind diese permissions wir arbeiten ja auf android geräten die können viele dinge die werden auch für unterschiedliche dinge verwendet da sind person persönliche daten von den nutzern und nutzerinnen drauf da gibt es vielleicht sensoren die informationen uns theoretisch auch geben würden über das verhalten von nutzern und nutzerinnen denken sie sowas an wie sowas wie einen gps sensor der ihnen theoretisch ermöglicht festzustellen wo eine person gerade ist und auch wenn das alles sinnvolle möglichkeiten für uns eröffnet innerhalb unserer anwendung interessante dinge zu tun müssen wir trotzdem den nutzern und nutzerinnen immer ganz bewusst sagen was wir eigentlich tun wollen und die müssen vor allem zustimmen in der regel zu diesen sehr dramatischen konsequenzen die das haben könnte und deshalb müssen wir auch die permissions irgendwie einholen im manifest eintragen und zum teil sogar noch mal ganz explizit von den nutzern und nutzerinnen bestätigen lassen dass wir bestimmte funktionsbereiche der android plattform nutzen wollen in der app jetzt habe ich doch noch eine frage nämlich vielleicht kommt sogar noch zwei ich weiß es gar nicht eine frage zum die bagging haben wir uns auch in der letzten woche sogar im stream schon mal angeschaut mit welcher methode können wir denn textausgaben so erzeugen dass die auch tatsächlich für uns sichtbar sind wenn wir unsere app die baggen das system art print line hat er nicht so wirklich funktioniert und es gibt dann einen entsprechenden äquivalent und in den lernmaterialien zu dieser woche habe ich ihnen auch noch mal eine methode des debuggings versucht ein bisschen näher zu bringen die man mit beantwortet das ganze mal log die dann auch tatsächlich durchführen kann nämlich das print lining und ihnen auch versucht so ein bisschen zu zeigen wie sie diese log die methode dann nochmal kapseln können in eine etwas komfortablere eigene logging klasse aber log die ist quasi das äquivalent zu system art print line wenn sie so ganz einfaches print lining für zum beispiel das die bagging ihrer anwendung vornehmen möchten letzte frage jetzt aber wirklich wir haben über activities geredet schon mehrfach und die durchlaufen ja so eine abfolge von zuständen die unter anderem mit den passenden callback methoden abfangen können dann darauf reagieren können und diese abfolge dieser sequenz hat einen ganz bestimmten namen und den würde ich jetzt an dieser stelle gerne noch mal von ihnen wissen und das ist der activity lifecycle also der rest sind vielleicht auch passende oder wären passende begriffe aber wenn sie in der dokumentation oder irgendwo anders nachschlagen wie das ganze heißt activity lifecycle ist der begriff für diesen lebenszyklus einer android activity von die activity wird gestartet bis irgendwann sie wird vollständig aus dem speicher gelöscht und während dieses life cycles durchwandert die activity mehrere phasen selbst schon beim starten passieren unterschiedliche dinge in einer bestimmten reihenfolge und für uns vor allem wichtig ist dass wir wissen was da passiert wann die activity auch möglicherweise ihren zustand wechselt und wie wir dann im code gegebenenfalls darauf reagieren können ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher weil wir auch kein konkretes beispiel dafür jetzt irgendwie im stream oder in übungsblättern gemacht haben ob das schon so hundertprozentig klar ist warum das für uns wichtig ist aber stellen sie sich zum beispiel mal vor sie implementieren vielleicht eine anwendung text editor oder sowas und die leute die die app nutzen schließen das ganze und dann ist es für sie vielleicht wichtig dass sie dieses schließen entsprechend abfangen um zum beispiel ja aktuell noch nicht gespeicherte inhalte zu sichern für die nutzer und die nutzerinnen in einer automatisierten form und dann vielleicht wenn die app wieder startet an der passenden stelle diese informationen auch laden also diese activity life cycle ist nicht einfach nur etwas technisches was halt passiert sondern das ist deshalb für uns als entwickler und entwicklerin auch durch diese callback methoden zugänglich weil es ganz viele szenarien ganz viele app ideen gibt in denen wir diese wechsel zwischen den verschiedenen zuständen bewusst abfangen müssen zum beispiel zum speichern von informationen wenn die app dann tatsächlich irgendwann mal aus dem speicher gelöscht werden sollte dann schauen wir uns mal an wer diese woche gewonnen hat herzlichen glückwunsch wir haben tatsächlich sogar einen namentlichen sieger endlich und nicht nur einen contestant black honey 29 hat gewonnen mit 92.000 punkten herzlichen glückwunsch und ich vielleicht mache ich mir mal schnell einen screenshot sogar und merke mir das und vielleicht können wir dann am ende vom semester tatsächlich mal einen gesamt rank erstellen aber jetzt genug davon wir machen weiter mit dem ernst des lebens ich hoffe jetzt sind auch die leute die am anfang noch ein bisschen müde waren ein bisschen aufgewacht und frisch und vorbereitet für die eigentlichen inhalte ich habe ganz kurz noch mal eine zusammenfassung vorbereitet für das was wir heute machen bzw was sie bis jetzt aus dem kurs mitgenommen haben das müssen wir gar nicht so genau durchgehen ich glaube durch den durch das quiz haben wir das meiste ja schon ansprechen können vielleicht ganz kurz noch mal zur einordnung sie sollten jetzt so ein gewisses grundlagenwissen darüber haben wir android studio funktioniert vertiefen wir heute gerne auch noch und sie können immer fragen wenn ich irgendwas tue beim programmieren was sie vielleicht nicht zuordnen können sie sollten so grob wissen wie eine app aufgebaut ist activities vor allem als grundlegende bausteine kennengelernt haben diesen bereits angesprochenen life cycle zumindest als konzept kennen und sie sollten wissen wie man jetzt zwischen teilen der anwendung hin und her wechselt das ergänzen wir heute mit dem übertragen von daten und im wesentlichen sollten sie auch wissen wofür diese ressourcen dateien diese xml dateien für zum beispiel strings aber auch für die layouts die wir in unserer anwendung verwenden dienen beziehungsweise welchem zweck die dienen und wie wir die bearbeiten und dann in der anwendung auch verwenden können was wir jetzt heute machen ist wie angesprochen den datentransfer zwischen activities uns anschauen wir werden an einem kleinen beispiel auch noch mal in diesen bereich software engineering abdriften und uns ein bisschen genauer bereits bei diesen kleinen beispiel damit beschäftigen wie wir ui und logik möglichst gut voneinander trennen können wir werden ein bisschen komplexere uis uns auch aneignen und wie immer werden wir vielleicht über ein paar dinge stolpern die wenig mit android und viel mit java zu tun haben und die wir in dem zuge dann einfach noch mal ein bisschen vertiefen möchten was ich mit ihnen machen möchte ist dieses beispiel aus dem vorlesungs folien satz gemeinsam entwickeln heißt nicht dass sie das dann nicht auch bei der arbeit mit den folien selber noch mal machen können aber ich würde das beispiel einfach gerne heute noch mal mit ihnen durchgehen und eigentlich hatte ich gehofft dass dieses beispiel aus dem letzten semester jetzt nicht mehr so aktuell ist und der hamsterkäufe gibt es ja hoffentlich tatsächlich nicht mehr aber die situation ist ja immer noch so dass man sich vielleicht gedanken machen muss wann geht man einkaufen und das vielleicht irgendwie planen könnte und unsere app hilft menschen bei zumindest einem item auf ihrer einkaufsliste nämlich dem klopapier und erlaubt es zu kalkulieren wie lange reicht denn mein vorrat an klopapier den ich vielleicht zu hause habe in relation zu der anzahl der personen mit denen ich zusammen lebe und wann sollte ich denn vielleicht tatsächlich wieder mal mir gedanken darüber machen wann ich beim einkaufen denn dann auch ein paket klopapier mit nehme das ist unsere idee und wir implementieren das in zwei activities in der einen aktivität folgt die dateneingabe sie sehen diese sieg bars und die labels die werden wir implementieren dann nehmen wir diese beiden informationen die da drinstehen anzahl der rollen anzahl der personen im haushalt und übergeben die zusammen mit dem intent bei dem klick auf den entsprechenden button an die zweite activity in der zweiten activity nutzen wir dann eine zusätzliche vom ui losgelöste komponente um zu berechnen wie lange denn dieser vorrat tatsächlich dauern würde oder reichen würde und dann geben wir eine entsprechende meldung jetzt in diesem fall und glaube ich von irgendwelchen lokalisierung sachen eigentlich so hübsch formatiert ist was das datum angeht an die nutzer nutzerinnen aus in denen drin steht du hast so und so viele rollen so und so viele leute leben in deinem haushalt das sind die informationen mit denen die intent die activity gestartet worden ist das ganze reicht noch für so und so viele tage und es wäre nicht schlecht wenn du dann vielleicht ab dem so und so viel mal beim einkaufen wieder nach klopapier ausschau hält das ist unsere aufgabe für heute und damit würde ich jetzt auch gerne dann machen wir weiter und ich versuche mal nicht auf irgendwelche knöpfe zu drücken die möglicherweise das problem noch mal verursachen ich wollte sie eigentlich fragen ob sie ihr android studio vorbereitet haben und ob sie dort ein neues projekt gestartet haben und wir dann in die implementierung starten können ich zeig zur sicherheit vielleicht noch mal ganz kurz den zumindest die screenshots von dem ganzen das ist unsere aufgabe für heute wir implementieren diesen kleinen klopapier rechner nochmal falls doch nicht irgendwie das komplett angekommen ist wir haben zwei activities wir haben eine activity in der nutzer nutzerinnen daten eingeben nämlich wie viele rollen an klopapier sie haben und wie viele leute im haushalt leben die informationen übertragen wir an eine zweite activity in der activity rechnen wir uns aus wie lange dieser vorrat tatsächlich reichen würde für diese person generieren daraus einen kleinen text in dem drinsteht wie viele tage der vorrat noch reicht und wann möglicherweise beim einkaufen jetzt ein neues paket an klopapier gekauft werden sollte noch mal die frage an den chat haben sie wenn sie jetzt einsteigen möchten in die entwicklung android studio vorbereitet und da irgendwie ein leeres projekt gestartet und können mit der implementierung jetzt gemeinsam mit mir beginnen gebe ich ihnen noch mal kurz moment ok also entschuldigen sie diese kleinen technischen probleme ich hoffe mal das war jetzt tatsächlich eine kleine ausnahme und ich werde mal später mehr ansteigen schauen wann das genau abgebrochen ist in der aufzeichnung und vielleicht in das problem tatsächlich auch finden aber jetzt wollen wir eigentlich programmieren und solange sie mich hören und sehen können wir damit auch starten ich habe auch mal ein neues projekt gestartet mit einer leeren activity ich habe auch das ganze im emulator direkt ausgeführt bei mir funktioniert das alles ich check das zur sicherheit auch noch mal ob dieser erste stand von der anwendung tatsächlich funktioniert und würde jetzt mal damit beginnen dass sich als ersten schritt den wir für diese anwendung brauchen in dieser ersten activity in dieser ersten activity den das layout für diese für ja für dieses user interface zur eingabe von den daten gestalte dazu schaue ich mir die layout datei an die automatisch generiert worden ist und ich klappe ganz kurz den emulator ein und würde vielleicht mal versuchen so ein bisschen mit der xml datei zu arbeiten dass wir da auch mal langsam uns dran gewöhnen denn vielleicht täusche ich mich da aber ich glaube wenn man sich so ein bisschen auskennt mit der zeit mit der art und weise wie jetzt in android ganz konkret layout definiert werden dann ist diese arbeit in der xml datei am ende ein bisschen schneller also natürlich dieses zusammen klicken ist schön gerade wenn man vielleicht noch nicht weiß was man eigentlich tun kann also welche sachen möglicherweise überhaupt existieren als view elemente aber wenn tatsächlich man das weiß und wenn man ungefähr eine vorstellung von dem hat was wir denn in unserem user interface benötigen an elementen dann ist diese xml schreibweise vielleicht was mit dem man relativ schnell arbeiten kann okay machen wir das mal wir haben hier so einen textview schon drin den lösche ich jetzt tatsächlich mal raus damit wir mit einem leeren mit einem leeren layout anfangen und wir können auch dieses constraint layout das da immer standardmäßig vorgegeben ist jetzt auch zur einführung mal da lassen wir müssen das jetzt nicht wieder mit irgendwie einem linear layout oder so kapseln wir wissen ja jetzt mittlerweile dass es unterschiedliche layouts gibt und können uns jetzt auch schritt für schritt mit deren eigenschaften beschäftigen das erste was ich mache es ich füge einen textview hinzu der so breit sein soll wie das eltern element und er soll so hoch sein dass der inhalt reinpasst und da soll ein text drin stehen nämlich die überschrift für unsere unsere anwendung oder für diese activity und da kann ich jetzt direkt auf einen string aus der ressourcen datei verweisen und sie erinnern sich ja dass wir eigentlich alles was wir im user interface anzeigen immer in diese xml ressourcen datei eintragen und was wir bis jetzt oder was wahrscheinlich die meisten von ihnen immer gemacht haben ist in die ressourcen datei einen neuen string einfügen mit einem bestimmten namen und den dann hier über dieses string referenzieren sie können sich ein bisschen arbeit sparen wenn sie quasi an dem layout arbeiten und da nicht immer in diese xml datei reinschauen wollen indem sie einfach hier die id des strings eintragen zum beispiel app title die existiert noch gar nicht in der xml datei wenn ich jetzt mit dieser automatischen fehlerbehebung von android studio arbeite alt und eingabe ist das richtige der chatbot aus dem discord funktioniert anscheinend nicht das könnte kann ich jetzt leider gerade nicht beheben ich weiß nicht ob einer von den tutoren tutoren anwesend ist hallo tutoren ist irgendjemand gerade im chat zufällig techniker ist informiert und schaut sich das an was ich ihnen sagen wollte hier ist ich schließe mal ganz kurz dieses text view ab ich kann hier an dieser stelle einen string referenzieren der noch gar nicht in der xml datei eingetragen ist und wenn ich jetzt mit alt und eingabe diese automatische fehlerkorrektur öffne dann kann ich direkt in dieser datei eine neue ressource erstellen oder aus dieser layout datei eine ressource in der xml datei erstellen zum beispiel könnte ich da jetzt hinschreiben wie lange reicht mein klopapier fragezeichen und dann würde dieser text hier angezeigt werden und der würde und das können wir hier prüfen automatisch in der entsprechenden xml datei angezeigt werden haben haben sie die funktionen vielleicht sogar selber schon mal entdeckt erkannten sie das schon mal ja nein in den chat reinschreiben sie müssen nicht immer zwischen diesen layout dateien oder ressourcen dateien hin und her wechseln gerade wenn wir jetzt so initial diesen dieses layout erst mal aufbauen dann ist das eine ganz hilfreiche funktion okay sagt uns android studio das hier immer noch irgendwelche fehler drin sind das liegt daran dass wir hier so einen constraint layout haben ein constraint layout das ist dieser standard container drumherum der bei einer neuen activity angelegt wird und der funktioniert so dass sie explizit zu jedem element nicht absolut angeben wo das positioniert sein soll sondern sie geben so bedingungen oder einschränkungen constraints an sie sagen dieses element zum beispiel soll im eltern element ganz oben angeordnet sein oder soll sich mit seiner oberen kante direkt unter einem anderen layout element befinden das dann über eine bestimmte idee referenziert werden kann also diese constraints die geben sie an um konkret ja die die position von diesem ganz speziellen element in relation zu den anderen elementen anzugeben das können wir machen können es mal anschauen was es da so gibt wenn sie irgendwas eingeben wie zum beispiel constraint dann sehen sie hier die ganzen möglichkeiten die es da gibt und wenn wir da mal reinschauen dann gibt es so ein punkt der heißt start to start to start off was heißt das wir positionieren den anfang von unserem element am anfang von einem anderen element und wenn ich da als parent reinschreiben dann wird das ganze hier oben links an dem start von dem eltern element angezeigt ich könnte auch sagen constraint top to top of parent und das wäre wenn wir jetzt in so einer vertikalen achse denken wahrscheinlich die bessere option zumal wir dann auch sowohl die horizontale als auch die vertikale beschränkung von diesem element in einem machen also wir positionieren dieses textview element mit seiner oberen kante an der oberen kante des eltern elements das ist die herangehensweise wenn wir jetzt hier über diese constraints reden das ist ganz gut schauen ja doch das ist richtig okay dann würde ich das gerne noch ein bisschen größer machen ich mach die text heißt vielleicht auf eine entsprechend hohe schriftgröße dann setzt sich über das gravity attribut auch den text in die mitte und wenn sie wollen können sie vielleicht noch die farbe ändern text color und wenn sie da jetzt mal reinschauen da gibt es eine ganze menge was irgendwie vorgegeben ist ich habe jetzt die farbe noch nicht geändert ich nehme einfach mal diese farbe das ist eine von denen die automatisch in diesem sim was für eine neue activity generiert wird oder in dem farbschema zumindest drin ist dann vielleicht noch einen kleinen außen und innen ab oder außen abstand innen abstand brauchen wir nicht unbedingt ich setze das ganze mal für die überschrift vielleicht auf fünf von diesen density pixeln und dann eckt es auf keinen fall irgendwie zu stark an den rändern an auch wenn ich dieses textview später nicht im code referenziere gebe ich dem einen kurzen namen nämlich title text in form einer id damit ich jetzt die anderen elemente auch wieder in diesem constraint layout unter dieses element anordnen kann also wenn sie in diesem constraint layout mit diesen angaben elemente in beziehung zueinander positionieren wollen wir wollen gleich sagen die unterschrift oder der zweite titel ist hier direkt unter dem text für das wir gerade designt haben anzuordnen dann brauchen wir eine id damit wir zwischen diesen elementen referenzieren können also id sind jetzt nicht mehr nur wichtig um die elemente im code zu referenzieren sondern die werden auch wichtig wenn wir mit diesen constraint layout oder allgemein mit layouts in denen es beziehungen zwischen elementen gibt arbeiten werden schaut das bei ihnen ähnlich aus geben sie mir mal kurz werde jetzt nach dem baustein rückmeldung dann weiß ich nämlich auch ob das ungefähr das richtige tempo ist und da können wir ein bisschen anziehen ich mache nächsten textview wieder die gleichen rahmenbedingungen der soll so breit sein wie das eltern element soll also hoch sein dass der inhalt reinpasst soll vielleicht auch direkt mal einen namen haben damit wir wissen was wir da reinschreiben wollen da möchte ich nämlich reinschreiben die description von der app des krippchen title also ein kleiner hinweis was man mit dieser app machen kann da schreiben wir auch direkt einen text rein auch den würde ich jetzt erstmal hier referenzieren in der layout datei ohne den direkt in der xml datei anzulegen und dann dieses feature von android studio nutzen um automatisch diese ressource zu erzeugen jetzt muss ich kurz überlegen was da stehen sollte wie lange reicht mein klopapier noch also können sie jetzt irgendwas reinschreiben was sie quasi so als beschreibung von dieser app für diese erste aktive die anzeigen möchten gib die anzahl deiner rollen an und sag uns wie viele leute bei dir wohnen wir berechnen dann wann du wieder klopapier ausschauen solltest ausschau halten sollte es wäre wahrscheinlich ein bisschen besser jetzt sehen sie dieses neue element das wird automatisch ganz oben angeordnet und android studie sagt ihnen auch was das problem ist es gibt nämlich jetzt noch keinen constraint also es gibt jetzt keine einschränkung für dieses layout und dementsprechend können wir nicht sicherstellen wo das dann später wenn die anwendung ausgeführt wird tatsächlich erscheint und das fixen wir indem wir jetzt auch hier wieder sagen wir würden gerne sagen dass dieses element mit seinem mit seiner oberen kante sich ausrichten soll dort sein soll wo die untere kante von unserer ersten überschrift sein ok der discord bot scheint auch wieder zu funktionieren das heißt da können sie auch wieder rein posten machen wir hier vielleicht auch noch ein kleines bisschen was damit das ein bisschen schöner ausschaut vielleicht auch hier so ein kleines abstand text am rand vom bildschirm ist immer nicht so schön und wir können auch vielleicht schauen wir so ein bisschen dass wir das sortieren vielleicht ein kleiner hinweis ich also es hat nicht so wirklich eine auswirkung wie ihre reihenfolge bezüglich dieser attribute ist das heißt sie können das eigentlich kreuz und quer hinschreiben aber es wäre wahrscheinlich nicht schlecht wenn sie in diesen xml dateien so eine bestimmte reihenfolge zumindestens für sich einhalten also vielleicht zuerst die sachen die was mit dem layout tatsächlich zu tun haben dann bei diesen textelementen vielleicht die dinge die was mit dem text zu tun haben und dem inhalt hauptsache es gibt vielleicht irgendwie konsistent in der konsistenz innerhalb ihrer xml dateien das ist vor allem für sie dann hilfreich wenn sie sich das ganze noch mal anschauen müssen also deshalb habe ich jetzt hier diesen außen abstand oben gezogen und da drunter kommen dann die ganzen sachen die was mit dem text zu tun haben zum beispiel die textgröße die auch hier vielleicht ein bisschen größer sein könnte als es normalerweise der fall ist wir können auch hier das ganze wieder zentriert anzeigen und wir können vielleicht sogar die höhe der zeilen anpassen machen wir das mal anderthalbfach 18 durch 2 ist 9 wenn das drauf addieren haben wir dann irgendwie so eine schrift oder zeilenhöhe und da sehen sie dann übrigens auch gleich die meldung dass wir hier in den feature nutzen war es in dieser form nicht in allen api ist die wir wahrscheinlich standardmäßig eingestellt haben als min target funktionieren das ignorieren wir jetzt mal damit es hübsch ausschaut aber das ist was was man normalerweise natürlich nicht ignorieren sollte also das ist ein feature was so wie es jetzt hier angezeigt wird möglicherweise nicht auf allen geräten funktioniert ok jetzt haben wir unsere überschrift und in denen diesen kleinen erklärungstext und jetzt möchte ich dass und ich kann ihnen ja mal kurz noch die screenshots zeigen jetzt möchte ich diese kann man den text in app description wieder editieren ja sie können einfach in die xml datei schauen ich zeige es ihnen kurz in die xml datei schauen in der die strings definiert sind und da finden sie das was sie in diesem dialog eingegeben haben jetzt hier als eintrag also sie machen über diesen dialog von android studio nichts anderes als sich die arbeit zu sparen in diese xml datei zu schauen und dort selber so ein element anzulegen und wenn sie den dann nachträglich editieren wollen dann ändern sie diesen eintrag den android studio automatisch erzeugt hat nichts anderes also es ist eigentlich nur eine arbeitserleichterung für sie zurück zu unseren screenshots ich würde gerne diese siegbar jetzt implementieren siegbar ist das textelement oder ist das eu element was diesen slider oder diese suchleiste uns bietet und die hat normalerweise nicht automatisch ein output also nutzer und nutzerinnen können hier diesen kleinen kreis hin und her bewegen und wenn sie den kreis hin und her bewegen dann ändert sich dessen position und sie können programmatisch einen wert auslesen also können auch beschreiben von was irgendwie der mindest mindest wert ist was vielleicht irgendwie der maximal wert ist aber der wert der aktuell ausgewählt ist der wird für die nutzer nutzerin nur über die position von diesem kleinen kreis in der siegbar angezeigt und was ganz wichtige regel für benutzerfreundliche user interfaces ist dass sie nach transparenz streben und transparenz heißt in dem sinne dass ich als nutzer jetzt in diesem fall weiß was ich zum beispiel gerade ausgewählt habe und eine ganz einfache möglichkeit um so eine siegbar die vielleicht einen relativ zentralen wert für unsere anwendung und wie viele rollen ich jetzt tatsächlich in diese kalkulation eingeben möchte ist ja wichtig damit ich das richtige ergebnis bekomme wie sie das erreichen können ist sie in dem sie jetzt vielleicht zum beispiel einfach so einen text view daneben packen und immer wenn sich dieses siegbar ändert auch diesen text view ändern und dort immer dann die numerischen wert von dieser relativen position der siegbar eintragen das heißt was wir jetzt machen werden ist wir werden für diese beiden eingaben eine siegbar definieren wir werden dafür sorgen dass die hin und her bewegt werden kann werden neben dieser siegbar ein textview anzeigen und werden dafür sorgen später in unserem code dass wenn sich das hier ändert sich automatisch auch der wert in dieser siegbar ändert und dann sehen die nutzer nutzerin immer gleich welchen konkreten numerischen wert sie über diese siegbar ausgewählt haben und können dann speziell oder sehr konkret einstellen was sie in die weitere kalkulation übernehmen wollen macht das für sie sinn halten sie das für eine gute idee schreiben sie mal ja nein in den chat rein ob sie mir da in der argumentation folgen dass wir vielleicht so ein bisschen Transparenz innerhalb unseres user interfaces erzeugen wollen vielleicht wenn wir es gleich mal programmiert haben oder implementiert haben sehen sie da noch mehr den mehrwert was ich jetzt habe ist eine situation wo ich innerhalb meines layouts einen kleinen teilbereich definiere der aus zwei elementen besteht nämlich der siegbar und diesem output die in sich irgendwo gemeinsam innerhalb des übergeordneten layouts positioniert werden wollen also ganz konkret gesagt ich möchte jetzt dafür sorgen dass hier die siegbar steht und danach dieser textview und darunter dann sogar noch die beschreibung dessen was ich da mache und damit ich das jetzt ein bisschen ordnen kann mache ich folgendes ich erzeuge ein neues linear layout das ist genauso breit wie der bildschirm oder das eltern element und ist genauso hoch dass der content reinpasst ich gebe dem ganzen auch einen namen gleich zum beispiel was machen wir da jetzt eigentlich gerade die rollen definieren wir also vielleicht sowas wie roll input elements und in diesem layout sammle ich jetzt die elemente die für den input von diesen klopapier rollen oder der anzahl der klopapier rollen relevant sind nämlich die siegbar und daneben dann dieses label oder dieses textview was den numerischen wert anzeigt und das layout insgesamt in dem dann die beiden elemente sind positioniere ich dann in meinem restlichen user interface das heißt hier für dieses linear layout sage ich schon mal das soll sich positionieren ähm constraint top to bottom off und zwar den description title das heißt hier haben wir jetzt ein layout was wir benutzen können es ist ineinander verschachtelt dieses prinzip kennen sie hoffentlich wenn sie sich die vorlesungssachen schon mal angeschaut haben dass wir diese view groups beliebig ineinander verschachteln können ganz kurz zur sicherheit kommen sie damit also wir können layouts ineinander verschachteln haben wir in den letzten wochen schon auch gemacht aber das noch nie so reflektiert aber dieses prinzip dass diese layouts nichts weiteres sind als komplexe einzelne elemente die aus mehreren elementen bestehen und die nach den gleichen regeln im layout einsortiert werden das ist das so ein bisschen rumgekommen bei der bei den vorlesungsinhalten sagen sie mal bescheid passt ok dann sagen wir bei diesem layout noch dass es eine bestimmte orientierung haben soll wir wollen die elemente dort horizontal einsortieren also links und rechts und dann bereite ich noch das nächste vor ich möchte nämlich dass dieses seekbar und der textview in dem die elemente angezeigt werden auf eine bestimmte art und weise in ihrer größe relativ zueinander sind ich möchte dass die seekbar ungefähr 80% oder genau 80% von dem zur verfügung stehenden bereich beinhaltet und ich möchte dass die dieses textview in dem dann der wert angezeigt wird 20% von diesem layout einnimmt in der horizontal das kann ich machen indem ich hier in dem übergeordneten layout eine weight sum definiere und das ist der insgesamt zur verfügung stehende platz in relation gesehen und dann kann ich über eine gewichtung layout weight in den beiden anderen elementen sagen wie viel von dieser gesamtmenge diese elemente dann tatsächlich nutzen können machen wir das mal ich erstelle eine seekbar die da gebe ich irgendwie eine breite das setze ich mal auf null weil das gleich über die weight sum definiert werden soll und die höhe ist rep content und ich sage dass dieses element 80% der gesamtbreite von meinem übergeordneten element einnehmen kann oder dass die gewichtung 80 ist prozent sage ich jetzt einfach mal aber das ist eine relative angabe und von diesen 100 zur verfügung stehenden insgesamt breiten nämlich 80 für meine seekbar dann gebe ich dir wahrscheinlich auch noch namen weil spätestens dieses element müssen wir bestimmt im code referenzieren und das nenne ich role input seekbar vielleicht weiß ich nicht guter name schlechter name keine ahnung die können wir auch gleich abschließen und das müssen wir nicht unbedingt mit einem extra tag machen sondern wir können das hier so kollapsen weil da kein inhalt in diesem element drin ist deshalb braucht man keine expliziten schließtags schließtags und haben damit unsere seekbar für die eingabe von unseren klopapier rollen jetzt wollen wir noch ein textvue daneben haben textvue der soll so breit sein wie platz ist das heißt wir machen auch hier wieder null und geben dem gleich über die layout weight entsprechend einen genauen wert das machen wir jetzt wir sagen du darfst 20 prozent vom zur verfügung stehenden inhalt haben dann schließen wir auch das ab geben dem textvue auch wieder eine id damit wir später darauf zugreifen können wir müssen ja da den wert aktualisieren und das ist unser role input textvue da können wir jetzt ein bisschen was an text vielleicht auch direkt einfügen damit man mal sieht was dort später stehen wird das ist ein wert den wir dynamisch anpassen werden beim programmieren wenn sich die seek verändert aber es ist bestimmt keine schlechte idee da am anfang irgendwas direkt einzutragen und es ist vor allem keine schlechte idee da jetzt irgendwas einzutragen als text damit man sieht wie das layout ausschaut deshalb trage ich da jetzt ein text ein und zwar eine neue string ressource und die nenne ich roll input text default also ob das jetzt irgendwie gute bezeichner sind weiß ich nicht ich muss gestehen dass ich glaube ich nicht in der lage bin ganz viel zu reden ihnen ganz viel zu zeigen und dann auch noch den perfekten code zu schreiben das heißt wenn sie manchmal bessere ideen haben für irgendwelche bezeichner für bestimmte herangehensweisen einfach in den chat posten aber was ich hiermit ausdrücken möchte das ist der default wert der in diesem textfeld angezeigt werden soll und den erzeuge ich mir jetzt hier und da trage ich einfach eins ein einfach irgendeine zahl dann wird das ganze noch zentriert gesetzt und damit sind wir erstmal fertig dann packe ich unter dieses layout unter dieses layout nicht als teil von dem layout noch einen weiteren text in dem ich beschreiben was hier eigentlich passieren soll also für was dient diese kombination aus siegbar und output und der soll so groß sein wie das eltern element soll so hoch sein dass der inhalt reinpasst soll auch eine id haben und zwar wird hier eine beschreibung angezeigt von role input elements label das ist das label die beschriftung von diesem teil unserer anwendung wir sagen dass hier ein text drin stehen soll nämlich der text role input elements description und den erzeugen wir uns direkt auch automatisch untersteht einfach nur drin anzahl der rollen und auch hier sehen sie wieder der ist im moment noch nicht in dieses constraint layout eingebunden deshalb fliegt er da oben einfach irgendwo rum und wir sagen dem jetzt er soll sich einordnen top to bottom off und zwar direkt unter das layout was wir hier erstellt haben und das ist id role input elements dann können sie damit das ganze noch ein bisschen schöner ausschaut noch die gravity vielleicht einstellen und vielleicht machen wir die schriftgröße ein bisschen kleiner damit vielleicht deutlicher wird dass es irgendwie versteht nochmal in role input text default hier drin da steht einfach 1 drin und das ist einfach der standard wert der beim app start zum beispiel hier eingestellt werden kann in diesem text view weil sich dieser wert ja dynamisch ändert wenn wir auf der siegbar später hin und her wechseln also das ist einfach nur ein platzhalter damit wir irgendwas hier eintragen können und anstatt jetzt hier einfach nur einzuschreiben 1 würden wir auch bei diesem platzhalter wert auf eine ressource aus der xml datei zugreifen ich würde jetzt hier vielleicht bei dem layout also bei dem übergeordneten layout noch ein bisschen abstand nach oben einfügen suchen sie sich irgendwas aus wird das vielleicht nicht ganz so beengt ausschaut und wir könnten vielleicht können insgesamt hier vielleicht noch einen kleinen abstand einbauen auch hier wieder mit dem ziel dass wir nicht so ganz am rand das ganze machen möchten und vielleicht ist das ja so in ordnung ich weiß es nicht machen sie das einfach so dass es für sie irgendwie hübsch ausschaut oder schön ausschaut schaut das layout bei ihnen jetzt auch ungefähr so aus versuchen sie das mal hinzubekommen dass das so ungefähr ausschaut und jetzt machen wir uns das leben die siegbar ist im text die siegbar ist im text schauen sie mal ob sie hier bei dem layout also bei dem layout was siegbar und textview beinhaltet bei den constraints das richtige verwendet haben es gibt ganz ganz viele von diesen constraint attributen das sind zum beispiel auch solche sachen dabei wie top to top of und wenn ich das jetzt description title eingebe dann passiert bei mir vielleicht das was bei ihnen auch passiert nämlich dass der text hier in der siegbar landet und was ist der grund dafür wir sagen dass dieses layout mit seiner oberen kante an der gleichen stelle sein soll wie die obere kante von diesem app description titel und was wir eigentlich machen wollen ist wir wollen sagen dass es mit seiner oberen kante an der unteren kante von dem entsprechenden text hier oben anzusiedeln ist also da muss man vielleicht am anfang immer ein bisschen ganz genau hinschauen gerade wenn man diese auto completion funktion nutzt was man da eigentlich macht und es schadet auch nicht sich das in ruhe nochmal durchzulesen in der dokumentation was heißt es eigentlich mit diesen constraints genau null sollten sie nicht eintragen null dp sollten sie eintragen also vielleicht immer irgendwas mit einem mit einer maßeinheit also wenn sie so machen dann wird bei mir das auch angezeigt beziehungsweise sogar gar nichts angezeigt und wenn sie null dp haben dann ist der grund wahrscheinlich dass sie hier keine gewichtung angegeben haben also wenn ich das gewichtung rausnehme dann wird bei mir das auch angezeigt also gewichtung müsste drin sein vielleicht fehlt in dem übergeordneten layout die summe für das gewicht da vielleicht ein kleiner hinweis ich glaube oder geht es irgendwie anders tragen sie auf jeden fall hier immer eine summe für das gewicht auch ein ich glaube es gibt so einen default der ist dann 1 mit dem das auch irgendwie funktioniert aber dann kommt zumindest irgendwie diese fehlermeldung oder diese warnung also gewöhnen sie sich immer direkt an irgendwie eine passende summe für das gewicht auch einzutragen sp ist auch eine relative angabe wie dp also so eine density pixel sache die das die bildschirmgröße berücksichtigt was aber dieses sp noch zusätzlich macht ist es schaut nach wie die standard schriftgröße auf dem android system tatsächlich gerade ausgewählt ist das ist eine einstellung die nutzer nutzerin global vornehmen können also wenn sie in ihre settings von ihrem android gerät reinschauen finden sie da irgendwo so eine schriftgrößen anzeige und diese sp angabe die nimmt oder berücksichtigt zusätzlich zu der bildschirm auflösung oder dichte auch noch diese standard angabe also das ist quasi die maßeinheit die wir verwenden wenn wir irgendwas mit schrift machen weil wir in der regel diese globale einstellung die die nutzer nutzerin vorgenommen haben die wollen wir nicht irgendwie überschreiben also wenn irgendjemand sagt mein text muss halt ein bisschen größer sein für alle apps dann richten wir uns auch relativ dazu aus kurze zwischenfrage es geht ja hier nicht nur darum dass wir irgendwie android sdk code auswendig lernen warum ist das vielleicht eine sehr wichtige information dass wir in unseren apps diese möglicherweise geänderte globale schriftgröße die nutzer nutzerin vorgenommen haben berücksichtigen und uns daran orientieren wenn wir texte oder sowas in unserer app haben ein vorschlag ich zeige in der zeit noch mal den letzten text you also irgendein nutzer irgendeine nutzerin stellt in ihrer app ein dass immer die schrift 150 prozent sein soll warum ist das für uns eine wichtige information wenn wir jetzt text in android apps anschauen ja verschiedene auflösungen das ist gar nicht so wichtig weil das macht dann schon android für uns barrierefreiheit ist glaube ich das stichwort was wir haben wollen wenn irgendjemand sagt wenn ich android benutze dann brauche ich eine größere schrift dann hat das vielleicht einen ganz guten grund weil ich vielleicht schlecht sehe und ich möchte trotzdem meine apps irgendwie wahrnehmen können und ich möchte auch die apps die sie entwickeln vollumfänglich nutzen können dann ist es ihre aufgabe als entwickler und entwicklerin genau sowas zu berücksichtigen und alle informationen die ihnen das system darüber bietet wer jetzt genau vielleicht in welcher form dieses gerät nutzt sollten sie helfen oder sollten sie nutzen um im besten fall dann ihre app eben auch entsprechend barrierefrei zu gestalten wir können das hier nicht immer machen und ich mache glaube ich ganz ganz viele fehler in diese richtung was daran liegt dass ich hier ganz viele dinge gleichzeitig tun muss aber wenn man tatsächlich eine app entwickelt dann sollte man solche sachen im hinterkopf haben und nicht nur im hinterkopf haben sondern es sollten eigentlich dinge sein die man in jedem schritt der entwicklung berücksichtigt ok kleiner exkurs zur barrierefreiheit wir brauchen das ganze zweimal wir brauchen nicht nur die anzahl der rollen sondern auch die anzahl der person im haushalt und jetzt kommt das was in dieser xml datei wunderbar funktioniert wir kopieren jetzt alles was wir eingegeben haben dieses linear layout und den text für darunter und pasten den da rein da müssen wir eine ganze menge anpassen aber wir müssen nicht noch mal die ganzen elemente einfügen also das erste was wir anpassen ist das layout kriegt einen anderen namen das ist nämlich das geben wir da ein person input elements und das soll nicht mehr direkt unter diesem description text angezeigt werden sondern das wird unter diesem text hier angezeigt rollinput elements label erster punkt zur anpassung dann die siegbar heißt nicht mehr rollinput siegbar sondern die heißt person input siegbar der text you heißt nicht mehr rollinput text you sondern person input text you das text hier unten wird nicht mehr unter dem ersten layout angezeigt sondern unter diesem hier und kriegt auch einen eigenen namen weil es das label für dieses person input ist und jetzt habe ich mit ganz kleinem bisschen nachbearbeitung dieses diese zweite komponente in der gleichen form relativ schnell kopieren können werden im lauf des semesters sicherlich noch merken wie man das noch besser machen kann und wie man gerade wenn man solche komponenten hat auch darüber nachdenken könnte eigene view groups zu erstellen die dann sowas abbilden aber wenn sie auf dieser xml ebene arbeiten ist das absolut legitim hier entsprechend zu schauen dass sie dann dinge auch einfach per copy and paste und anpassung umsetzen also sollten jetzt relativ wenig probleme haben diesen entsprechenden zweiten abschnitt auch zu machen was wir noch anpassen müssen ist hier anzahl der rollen da soll was anderes stehen deshalb ändere ich den text der hier stehen soll person input elements description die gibt es jetzt wieder in der xml datei nicht deshalb stelle ich die dort und da steht drin anzahl der person im haushalt und dann zu guter letzt pack ich noch ganz unten drunter einen button der soll zu groß sein dass der inhalt reinpasst und soll zu groß sein soll auch so hoch sein dass der inhalt reinpasst der braucht auch eine id die nenne ich calculate weil mir gar nichts besseres einfällt der soll sich positionieren mit seiner oberen kante an der unteren kante von der dem letzten label das ist person inputs element label soll soll er sonst noch so tun er soll natürlich ein text haben zum beispiel einen string calculate 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 im button label okay ich komme gleich auch zu ihren fragen ich mache ganz kurz das hier zu ende damit der button irgendwie einen guten text hat wie lange reicht reicht der vorrat und schließt das ganz kurz ab und dann fehlt da noch irgendwas können ja den auch einfach mal so ansiedeln machen wir noch einen kleinen abstand nach oben oder insgesamt einen abstand und dann sind wir damit fertig okay ganz kurz zu dem linear layout das kann entweder horizontal oder vertikal angeordnet werden und das können sie über dieses attribut hier einstellen also wenn ich jetzt hier vertical eingebe dann werden die elemente untereinander angezeigt aufgrund von dem layout gewicht was wir eingestellt haben schaut das ein bisschen komisch aus aber darüber könnten sie dieses diese ausrichtung einstellen und die reihenfolge ist dann in einem linear layout eigentlich durch die reihenfolge in der xml datei gegeben das label ist jetzt zentriert das label ist zentriert wie würde ich das zentrieren unterhalb des schiebereglers realisieren sie könnten da entsprechend dann mit weiteren verschachtelten layouts arbeiten also da müssten sie sich überlegen wie sie dafür sorgen dass vielleicht irgendwie siegbar und textview entsprechend in einer in einem extra paket gepackt sind sie könnten sich auch überlegen dass sie vielleicht einfach das textview mit dem label irgendwie auf die gleiche breite bringen wie die siegbar da gibt es glaube ich jetzt ganz ganz viele detaillösungen ich kann ihnen nur kurz sagen dass ich das explizit extra so gemacht habe weil in meiner denkweise und vielleicht ist das irgendwie nicht so das beste user interface design ist dieses label hier das bezieht sich auf diese beiden elemente weil ich sehe diese beiden elemente als ein input element für die anzahl der rollen ausgabe eingabe deshalb das label aber ich sehe glaube ich was sie meinen das schaut tatsächlich so ein bisschen blöd aus müsste man sich vielleicht noch mal anschauen wie man das ein bisschen schöner machen könnte aber wenn sie die sachen gezielter ineinander miteinander in beziehung bringen möchten dann arbeiten sie am besten mit mehreren view groups ok lassen sie uns mal anfangen das ganze jetzt im code umzusetzen unser layout ist hier und jetzt möchte ich zumindest vielleicht dafür sorgen dass hier diese beiden textviews angepasst werden wenn die siegbar sich anpassen und dazu wechseln wir jetzt mal in die main activity ich starte meinen emulator daneben bevor wir jetzt irgendwas einem code schreiben fühlen wir das ganze mal aus könnte ja sein dass wir schon in den xml dateien irgendwelche fehler gemacht haben in die das ganze jetzt irgendwie beim starten verhindern aber das schaut gut aus also bei mir startet die app immer noch und ich kann jetzt mit dem programmieren beginnen was ich jetzt machen möchte ist ich möchte dafür sorgen dass die events die ausgelöst werden wenn hier entsprechend die werte geändert werden durch die nutzer und nutzerinnen abgefangen werden diese events damit ich dann in relation zu dem wo diese siegbar gerade steht hier entsprechend den wert anpassen kann das ist jetzt unsere aufgabe für für den nächsten schritt diese beiden elemente hier diese beiden textviews die brauche ich auf jeden fall weil die brauche ich nämlich einmal um in dem was wir jetzt machen immer die anpassungen die an dieser siegbar folgen hier automatisch anzuzeigen die brauche ich später auch weil wenn ich nämlich hier immer dafür sorge dass automatisch der richtige wert angezeigt wird der in diesen beiden siegbars ausgewählt wird dann kann ich später wenn ich auf diesen button klicke einfach mich immer darauf verlassen dass hier die aktuelle information drin steht kann die beiden informationen auslesen und dann in die nächste activity weitergeben also das ist der plan und weil diese beiden textviews jetzt an mindestens zwei verschiedenen stellen relevant sind würde ich die tatsächlich auch überall in der activity verfügbar machen erstellen wir deshalb direkt am anfang zwei instanz variablen also nicht teile von den methoden sondern die sind übergeordnet in der ganzen klasse sichtbar das sind textviews und das eine ist der current role count und das andere ist der textview current number of people oder person ich bin halbwegs gut in englisch aber nicht so gut dass ich jetzt irgendwie entscheiden könnte ob man hier people oder person schreiben würde people klingt für mich irgendwie ein bisschen passender current deshalb weil das eine variabel ist oder weil der inhalt von diesem textview immer darauf verweist was tatsächlich der aktuell ausgewählte wert für die klopapier rollen oder für number of people ist und jetzt könnte man sich darüber streiten ob man vielleicht dann auch sowas hinzufügt würde ich jetzt mal behaupten braucht man nicht unbedingt können damit jetzt erstmal arbeiten für mich ist diese variabel schlüssig genug wenn sie das anders sehen können sie ja gerne irgendwie einen anderen namen noch machen jetzt initialisieren wir unser user interface wir referenzieren die elemente sorgen dann dafür dass auch die sieg bars richtig instanziert und entsprechend mit events ausgestattet werden und das mache ich alles in einer extra methode also ich mache das nicht alles in der on create methode ich erzeug mir eine extra methode in und in der passiert alles was mit der initialisierung von unserem user interface zu tun hat dazu gehört auch dass ich überhaupt erstmal sage welches layout diese activity verwenden soll deshalb ziehe ich dieses set content view aus der on create methode raus packt das in die in die ui methode und das erste was ich mache wenn meine app startet oder wenn ich zumindest in die on create methode komme ist hier mit der initialisierung des layouts zu beginnen und das einfachste was wir machen können ist erstmal hier diese beiden elemente zu referenzieren wir holen uns die variabel wir nehmen die find view by id methode haben sie ja in dem quiz gerade eben alle die meisten richtig sich noch im kopf gehabt beziehungsweise erinnert dass das die methode ist mit der wir jetzt auf bestimmte user interface elemente zugreifen können mit diesen ids die wir im quellcode der xml datei vergeben haben und das ist jetzt hier der role input text you wenn ich das richtig im kopf habe und bei number of people ist es find view by id wieder und person input text you und jetzt sehen sie hier ist schon die erste problematik hier benutze ich einmal person und einmal people würde ich wahrscheinlich jetzt drüber nachdenken und mich dann für eine sache entscheiden kann ich jetzt aber nicht weil ich weitermachen möchte können sie ja sich mal überlegen wie sie das besser ausdrucken möchten wir können auch wenn wir an dieser stelle schon sind die nächsten sachen machen die leicht für die initialisierung des user interfaces zu realisieren sind wir können nämlich diesen button mal direkt abfangen und den mit einem klicklisten ausstatten weil das ist ein bisschen einfacher als die siegbar sondern haben wir das hinter uns ich selektiere den jetzt einfach nur hier direkt in der in der ui methode das ist vielleicht irgendwie einfach nur der button das ist eine lokale variabel start result activity button damit man ungefähr weiß was er tun soll den hole ich mir aus meinem xml beziehungsweise aus meinem layout raus und calculate stats button auch hier wieder sie sehen ich habe im xml irgendwie an andere dinge gedacht als hier deshalb sind diese id so ein bisschen merkwürdig gewählt oder passen nicht ganz zusammen würde ich alles in dem refactoring prozess dann später anpassen refactoring sagt ihnen der begriff was schreiben sie mal kurz in den chat rein ob sie das schon mal gehört haben und nochmal der hinweis übrigens ich überziehe jetzt leider wieder ich werde es auch nicht mehr ewig machen ich überlege mir gleich wir können ja mal im discord einen termin ausmachen nächste woche wenn wir das hier fortsetzen aber bleiben sie einfach noch so lange dran wie sie möchten und wenn sie irgendwo anders hin möchten gehen sie einfach vielleicht viertel stündchen oder so können wir ja noch zusammen arbeiten refactoring für diejenigen die das vielleicht noch nicht so verinnerlicht haben löst ein problem was wir hier sehen dieser variabel name und diese id die drücken nicht unbedingt das gleiche aus das ändert nichts an der funktionalität also unser code funktioniert hier wird in diese variabel genau der button rein geladen den wir an dieser stelle brauchen funktional passt das was die code qualität angeht ist es vielleicht verbesserungswürdig und refactoring ist der prozess in dem wir sowas dann anpassen das heißt wir ändern die struktur des codes wir verbessern die qualität wir verbessern vielleicht bestimmte nicht funktionale eigenschaften der des programms ohne dass wir die eigentliche funktionalität also was macht das ganze tatsächlich im im code anderen gehen sie gerne zum tüv das ist vielleicht auch wichtig und viel erfolg dabei wir nehmen uns jetzt diesen button und dem geben wir einen onclick listener wir machen das mal mit dieser inline variante das haben sie jetzt auch tatsächlich in den lesetexten oder in den lernmaterialien zu dieser woche ja noch ein bisschen vertieft erinnern sie sich wie man dieses konzept hier nennt was machen wir da gerade wenn sie da mit den lesetexten schon mal gearbeitet haben dann haben sie jetzt auch den passenden begriff dafür gefunden also wir erzeugen jetzt hier irgendwie ein objekt das als listener fungiert gleichzeitig ist das hier aber ein interface das heißt wir machen hier zwei sachen gleichzeitig wir erzeugen oder definieren eine klasse und wir instanzieren sie auch gleichzeitig und für das was dabei rauskommt gibt es in java und auch in anderen programmiersprachen einen bestimmten begriff irgendjemand eine idee worauf ich hinaus möchte das ist eine anonyme klasse genau anonyme klasse ist das stichwort nochmal zum hinweis das hier ist ein interface also das ist eigentlich keine klasse wo wir hier new davor schreiben wir können aber eine klasse aus einem aus einem interface erzeugen in dem wir dieses interface implementieren und dann die entsprechenden interface methoden auch überschreiben und hier machen wir ganz viele sachen gleichzeitig wir erstellen eine neue klasse in dem wir sagen wir hätten gerne klasse die auf diesem interface aufbaut und wir implementieren auch gleich den code in dem wir sagen was in der onclick methode passiert und wir instanzieren die gleich und was dann als ergebnis hier zurückkommt ist ein objekt das wir dann als listener setzen können und die existiert dieses objekt und das ist ein objekt auch die klassendefinition existiert nur an dieser stelle es gibt keine dateien der die klasse definiert ist wir können später nicht nochmal auf diese dieses objekt zugreifen außer wenn wir das dann aus diesem aus diesem button vielleicht wieder herauslesen können falls es irgendwie so eine get on click listener methode geben würde aber an sich existiert sowohl die klassendefinition als auch das objekt was dabei rauskommt nur an diesem stelle an dieser stelle an der wir das erzeugen das ist danach natürlich weiter im speicher damit es funktioniert aber für uns gibt es keine weiteren möglichkeiten darauf zuzugreifen deshalb anonym und lange rede kurzer sinn wenn dann draufgeklickt wird auf diesen button rufen wir vielleicht eine zweite methode auf private und in dieser methode machen wir ein paar sachen und ich schreibe mal kommentar gleich hin und wir später wissen was wir da tun wollen gerade wenn wir vielleicht erst nächste woche weiter machen müssen können get current values from text views and start intent to next activity also das ist das was diese methode irgendwie tun soll wenn das passiert die werte auslesen in den intent reinpacken und dann die activity starten und das machen wir wenn auf diesen button geklickt wird noch ein hinweis sie können diese wunderbaren annotationen von android studio auch benutzen zum beispiel solchen to do anweisungen da könnte hier zum beispiel hinschreiben implement ich möchte daran denken dass ich hier irgendwie noch was implementieren möchte wenn ich dieses to do davor schreibe dann finde ich das in dieser to do liste die android studio automatisch für mich generiert und da kann ich dann dahin springen und das was ich mir irgendwann mal gemerkt habe während der entwicklung nach und nach abarbeiten also das zu du hilfreich wenn man jetzt ein bisschen an verschiedenen stellen arbeiten und nicht vergessen möchte was man eigentlich tun möchte ok das war der einfache teil für die initialisierung von unserem user interface jetzt wird es ein bisschen schwieriger jetzt möchte ich nämlich die siegbar initialisieren kurz was trinken und ich weiß jetzt zwei sachen über die initialisierung von der siegbar nicht vergessen den text auf null zu setzen oh genau wichtige informationen text auf null setzen moment wo meinen sie das genau es klingt gerade nach irgendwie was sehr wichtigem und richtigen aber ich kann es gerade nicht zu aber dann meinen sie das wenn wir hier irgendwie die activity oder wenn wir die sachen rausgelesen haben den den text wieder zurücksetzen wollen ja da müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken ich kann mir beides vorstellen ich könnte mir auch vorstellen dass wenn ich wieder in die activity rein wechseln möchte und nochmal irgendwie das ganze starten möchte ich mit den ergebnissen arbeiten möchte damit den werten arbeiten möchte die ich beim ersten mal eingegeben habe das müsste man sich dann vielleicht mal überlegen wie wie die app genau bedient wird genau siegbar die müssen wir jetzt ein bisschen einstellen also darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus die initialisierung von dieser siegbar die wird jetzt ein bisschen komplizierter wir wollen auf jeden fall dafür sorgen dass die events abgefangen werden wir wollen vielleicht auch am anfang wenn die app startet sagen was die minimalen und die maximalen werte sind also es macht vielleicht wenig sinn wenn die leute hier eine millionen rollen eintragen oder wenn sie sagen dass minus 20 leute im haushalt arbeiten das heißt wir wollen den werteraum eingrenzen und wir wollen auch vielleicht dafür sorgen dass dieser initiale wert den die siegbar hat auf irgendeinem standard wert ist also es macht ja immer sinn wenn ich solche eingabeformulare habe überlege ich mir was ist der wert bei dem die leute am meisten tatsächlich vielleicht starten würden also zwei leute im haushalt oder vier leute im haushalt keine ahnung und vielleicht irgendwie fünf rollen sind noch da und das wollen wir am anfang initialisieren dazu kommt jetzt noch dass ich diese sache diese initialisierung zweimal machen muss also ich habe jetzt zwei von diesen elementen für die siegbars und das heißt für mich dass ich auf jeden fall eine methode schreiben werde die diesen initialisierungsprozess für eine siegbar tatsächlich ja abstrahiert darstellt und dann diese methode zweimal aufrufe für meine beiden siegbars also ich schreibe eine methode die generisch beide dieser siegbars anhand von den kriterien die sie jetzt auch schon genannt haben im chat initialisieren würde und dann rufe ich in meiner in it ui methode diese methode nur noch zwei mal auf probieren wir das mal aus ich erstelle eine neue methode die gibt nichts zurück das ist einfach so eine standard initialisierungs methode die hat einen namen in it siegbar der übergeben wir vielleicht die id welche siegbar soll initialisiert werden wir sagen ihr was der mindest wert für diese siegbar ist was der maximale wert für diese siegbar ist wir sagen ihr was der initiale wert für die siegbar ist und und jetzt müssen sie mir kurz glauben dass das die richtige klasse ist wir übergeben ihr einen listener der gesetzt werden soll und der die änderungen an dieser siegbar abfangen soll also das ist unsere methode ich mache es mal ganz kurz ein bisschen kleiner damit zu sehen was ich eingegeben habe das können wir eigentlich auch erstmal ignorieren so schaut meine methode aus die soll eine siegbar initialisieren und braucht dafür diese informationen welches siegbar was ist die range und der standardwert von der siegbar und wer soll informiert werden wenn sich in dieser siegbar was ändert ok schritt für schritt abarbeiten wir holen uns zuerst die siegbar in den code mit der find view by die methode find view by die methode und dann übergeben wir jetzt den parameter den wir an die methode übergeben das heißt diese auswahl aus den ressourcen die findet eine ebene höher statt diese methode kann generisch die siegbar also unsere anwendung initialisieren dann sagen wir das siegbar wenn sich irgendwas bei dir ändert dann informiere bitte den listener der auch als parameter übergeben wird dann sagen wir der siegbar über die set min methode der minimale wert den irgendjemand bei dir auswählen kann ist das was in dem parameter min steht und der maximale wert den irgendjemand entschuldigung set nicht get der maximale wert den irgendjemand bei dir auswählen kann ist das was wir in dem max parameter reinschreiben macht es sinn hier die siegbar zu return lassen sie uns das gleich mal überlegen ich habe eine zeile noch die ich setzen möchte ich sage siegbar punkt set progress und damit damit sage ich welcher wert aktuell ausgewählt werden soll und damit ist das ganze abgeschritten jetzt ist die frage wollen wir die methode vielleicht so implementieren set siegbar return siegbar ich hätte jetzt nichts dagegen würde aber fast sagen dass wir das nicht unbedingt braucht die frage ist brauchen wir in unserer anwendung irgendwo eine referenz auf diese siegbar oder reicht es wenn wir die an dieser stelle initialisieren und dann später über diese verknüpfung von diesem event siegbar ändert sich und dem updaten von dem textview den wir haben mit der der siegbar eigentlich später nichts mehr zu tun haben müssen also ich habe eine lösung implementiert in der ich diese siegbar nicht brauche die muss nur bei dem initialisierungsprozess referenziert werden von daher habe ich diese idee gehabt die methode gibt nichts zurück initialisiert das ganze nur aber wenn wir die e haben dann können wir die natürlich nach außen geben und dann können sich die stellen von unserem code die diese methode dann später aufrufen ja überlegen ob sie das benutzen möchten oder nicht also nur weil der methode einen rückgabewert hat heißt das ja nicht dass ich den verwenden muss also vielleicht ist diese methode generell zumindest jetzt mal als demo nicht schlecht vielleicht brauche ich ja doch die siegbar als referenz ich werde es nicht nutzen aber sie können das gerne mit seinem rückgabewert machen also es kommt immer darauf an was wir so als software design tatsächlich vorhaben jetzt machen wir das mal wir initialisieren diese beiden siegbars ich sage in it siegbar methode die ich gerade aufgerufen habe und dann als ersten parameter sage ich dass die siegbar für die rollen initialisiert werden soll mindestwert ist 0 maximalwert keine ahnung 100 der aktuelle wert ist vielleicht 5 auch die maximalwert ein bisschen reduzieren so viele rollen wird wahrscheinlich niemand haben und dann brauchen wir als letzten wert noch ein listener also wer interessiert sich für die veränderung an dieser siegbar siegbar haben wir wieder die möglichkeit wir könnten sagen wir wollen hier den siegbar listener direkt an dieser stelle über diese anonyme klasse erstellen wäre eine möglichkeit aber den aber zweimal brauchen können wir es noch ein bisschen anders auch machen und ich lasse jetzt meine activity genau das ist das was ich jetzt machen werde ich implementiere auf activity ebene den siegbar und siegbar change listener sagt mir android studio ok dafür musst du aber ein paar methoden implementieren das mache ich automatisiert mit diesem dialog halt und eingabe methoden implementieren die die wir implementieren wollen auswählen und dann landen die unten und dann kann ich bei der initialisierung von der siegbar sagen meine activity ist der listener bitte macht das so ich werde jetzt hier diese werte die ich als literale eingegeben habe oder als nummern einfach nicht weiter spezifizieren es würde sich aber anbieten und das finden sie auch in dem lösungsansatz den ich dann ihnen auch schon verlinkt habe hier mit irgendwie einer konfigurations klasse zu arbeiten oder zumindest konstanten warum ist das hier keine so tolle idee oder kennt jemand den namen für ja diese dieses phänomen dass wir hier plötzlich irgendwelche zahlen haben die man ohne vielleicht irgendwie eine genauere zuordnung nicht wirklich einordnen kann magic numbers ist der begriff also was sind denn 50 ok wenn ich hier wie in android studio immer auch gleich dieses automatische präfix habe wie heißt der parameter kann man sich vielleicht noch was vorstellen darunter aber trotzdem würde ich versuchen sowas dann immer auszulagern packen sie das in konstanten noch besser in vielleicht irgendwie eine konfigurationsklasse ein beispiel dafür sehen sie in dem code den ich ganz am anfang mal auch gepostet habe als lösung wir haben die methode extra angelegt damit wir uns arbeit sparen und jetzt kann ich nämlich die andere siegbar auf genau die gleiche art und weise initialisieren ich sage auch hier person siegbar ist das was wir in line comments ja in line kommen jetzt weiß ich gerade gar nicht genau was sie sie meinen also das ist tatsächlich einfach nur die also es sind keine name parameters oder sowas das ist einfach nur die die annotation von android studio die mir hier an dieser stelle mitteilt dass der parameter den ich hier verwende in der methoden definition tatsächlich min heißt also was anderes mein möglich dass das jetzt gar nicht hundertprozentig verstehe jetzt initialisieren wir die siegbar auch hier wieder nehmen wir jetzt in kauf dass das irgendwelche magic numbers sind sie behalten im hinterkopf dass wir das eigentlich eine konfigurations datei auslagern wollen und hier verwenden vielleicht ein paar andere sachen also sie sagen vielleicht dass der mindestwert 1 ist sage ich gleich was zu den aids wir sagen dass der maximalwert vielleicht irgendwie 10 es so viele leute leben vielleicht in einem haushalt maximal und der standard value ich weiß nicht ob ich mich jetzt irgendwie in politisches glatteis bewege wenn ich jetzt irgendwie eine definition davon aufstellen möchte was so die standard anzahl an menschen in einem haushalt ist einigen wir uns vielleicht darauf dass wir drei eintragen standardmäßig und vielleicht ist das irgendwie eine studentische wg oder so ist man eigentlich zu stark interpretieren aber damit initialisieren wir die beiden siegbars jetzt auf eine leicht unterschiedliche art und weise und wenn sich die siegbars ändern können schon mal merken werden wir immer diese tatsächliche methode aufrufen weil wir uns selber als listener eingetragen haben ganz kurz warum das id sind weil das id sind also in warum das sind weil das einfach integer werte sind also das was hier hinter steht hinter a punkt id role input siegbar ist ein integer wert also das ganz kurz zur erklärung diese ressourcen werden innerhalb von android mit integer werten referenziert und das was wir hier eingeben als name auch in der xml datei hier zum beispiel das sind einfach textuelle verweise auf diese eigentlichen integer werte die android benutzt um diese ressourcen zu repräsentieren also wenn sie es noch irgendwie pointierter ausdrücken möchten android nummeriert die ressourcen durch und das hier ist einfach ein verweis auf eine bestimmte nummer und wenn wir irgendwo mit dies arbeiten wollen als parameter dann verwenden wir den datentyp int weiß gar nicht ob es den android mittlerweile auch irgendwie einen speziellen datentyp für ressourcen ids gibt müsste ich vielleicht tatsächlich mal nachschauen aber ich glaube dass es immer noch so ist dass ihr einfach dann diesen int datentyp verwenden weil das eben ein integer wert ist ok siegbars initialisiert ich pack mal in diese on progress change methode einen kleinen lock string rein den tag ich mit dem klopapier rechner und gebe aus in progress change einfach nur für mich als hinweis dass ich mich einer bestimmten stelle von meinem code befinde weil ich nämlich jetzt gerne ausprobieren möchte ob das ganze funktioniert also ich importiere diese log klasse sie erinnern sich printlining in android funktioniert ein bisschen anders das kommt dann später hier auf dieser konsole aus raus da sehen sie ganz ganz viel drin tatsächlich weil alles was auf dem angeschlossenen emulator so passiert an logging angaben hier ausgegeben wird ich könnte das beschränken auf debug ausgaben und ich könnte sogar sagen ich möchte nur dinge haben in dem irgendwo der string klopapier rechner drin vorkommt weil ich das zum beispiel als tag benutze und der tag in der log ausgabe auch vorkommt dann starte ich das jetzt mal und hoffe dass wenn ich jetzt gleich die siegbar verändere wir unten eine text ausgabe sehen und das ist leider nicht der fall warum ist das nicht der fall ich muss natürlich auch das richtige gerät auswählen hier sehen sie nämlich für das locket eine auswahlliste an den angeschlossenen geräten und bei mir sind mehrere rechner angeschlossen mehrere android geräte angeschlossen oder noch so ein tablet irgendwie dranhängt an dem rechner und das muss ich erstmal hier auf den emulator ändern jetzt sehe ich hier diese ganzen ausgaben von dem emulator kann das ganze noch filtern nach unserem lock string und dann sehe ich hier wenn ich das ganze verändere dass auch meine log ausgabe kommt ok was mache ich in dieser methode in dieser on progress change methode ich überlege mir welche von den beiden siegbars der auslöser für diesen event war also wurde diese siegbar oder diese siegbar geändert das können wir zum beispiel über die id später herausfinden genau mit einem switch case die id umschalten und dann überlege ich mir was passieren soll wenn diese beiden elemente aufgerufen werden und was da passieren soll ist soll dieser wert entsprechend geändert werden und ich bereite das jetzt zuerst mal vor ich erstelle mit zwei methoden private void die methode rufe ich auf wenn sich diese siegbar hier geändert hat und der übergebe ich den wert der aktuellen des siegbar drin steht und in dieser methode nehme ich mir das text view was daneben steht und setzte den text auf den string der oder auf den werte hier reinkommen jetzt muss ich aufpassen wenn ich hier value rein schreibe dann versucht android das als ressourcen id zu interpretieren und da sind wir wieder dabei dass ressourcen ids integer werte sind und würde schauen gibt es irgendwie einen string der diese nummer hat und die würde dann versucht werden ja eins geben das ist sehr unwahrscheinlich dass das der fall ist ich möchte diesen wert als string direkt in dem text eingeben und dazu kann ich in java auf der string klasse value of aufrufen den wert hier als parameter übergeben das kann eine zahl sein float int oder sowas und das wird einfach in den string umgewandelt und den trage ich in diesem label hier ein das gleiche mache ich für on person count changed auch hier wieder in value höchstwahrscheinlich könnte man diese beiden methoden auch vereinheitlichen und vielleicht einfach den text noch eingeben schauen wir mal ob wir das da ändere ich jetzt das ausnahmsweise mal so und people can change current number of people ist das text view was hier daneben steht und auch hier ändere ich den wert auf das was da drin steht also sie sehen das ist mehr oder weniger das gleiche bis auf das hier das heißt man könnte sich überlegen ob die beiden callback methoden den text view noch als parameter mit übergeben ich finde es jetzt im moment gar nicht so schlecht wenn das zwei methoden sind weil man dann so ein bisschen mehr diese vorstellung hat das sind genau die beiden stellen im code die in unterscheidung dessen welches siegbar sich verändert hat aufgerufen werden können aber das kann man glaube ich auf jeden fall noch mal verändern wenn man möchte was ich jetzt aber hier mache ist ich schaue mir die siegbar an die angeklickt worden ist und zwar speziell deren id ich lese die aus siegbar punkt in get id und in meinem ersten case frage ich mich ob das vielleicht die id ist von role input siegbar und wenn das der fall ist also wenn das die id der siegbar ist die ihren wert geändert hat und das uns über dieses listener interface an die activity mitgeteilt hat dann sagen wir role count changed und wir übergeben diesen wert hier progress warum wenn nämlich diese callback methode aufgerufen wird wenn sich der wert ändert kriegen wir nicht nur mit welche siegbar sich geändert hat und ob das irgendwie eine programmatische änderung war oder ob das tatsächlich durch eine benutzer interaktion erfolgt ist sondern wir kriegen auch mit wer hier tatsächlich oder welch auf welchen wert dieses siegbar geändert worden ist und dem fall können wir die verarbeitung abbrechen mit einem break weil weil mehr in diesem case nicht passieren soll und der zweite fall person input siegbar hat sich geändert people count changed auch hier übergeben wir wieder den progress und brechen danach die verarbeitung ab und wir machen noch einen default case in dem nichts passiert denn default case sollte in dem switch case immer der fall sein okay das habe ich nicht gewusst ich würde das jetzt tatsächlich ich erkläre ihnen kurz was das problem ist und dann sage ich ihnen aber dass ich es wenigstens jetzt erstmal ignoriere und da nochmal darüber nachdenken werde wenn sie über irgendwelche werte drüber switchen dann sollten die cases also mit denen sie die sachen mit denen sie vergleichen final sein also die sollten unveränderbar sein damit dann während der switch case verändert werden kann oder wenn sie zweimal die gleiche methode machen hier nicht unterschiedliche states irgendwie generiert werden kann man in java auch die einzelnen cases in einen code block setzen für die lesbarkeit meinen sie sowas meinen sie sowas also ich glaube dass das tatsächlich funktionieren würde sie können überall ähm so blöcke setzen also blöcke sind einfach sammlungen von anweisungen die sie mit diesen geschweiften klammern automatisch generieren können ähm habe ich selten gesehen und ich würde tatsächlich eher so als pattern empfehlen dass sie einfach das was in den switch cases passiert in methoden auslagern also interpretieren sie diesen switch case nur als so eine weiche die auf verschiedene stellen in ihrem code verweist und versuchen sie einfach ähm aber das ist jetzt also zur hälfte glaube ich dass das einfach stimmt als wahrheit und hälfte persönliche äh persönliches empfinden ähm dass es einfach ähm die bessere alternative ist dann auf eine methode zu verweisen also gar nicht so viel in dem case machen dass das irgendwie eine rolle spielt und äh stattdessen ähm einfach den fall oder die behandlung des falles äh in eine methode auslagern und die dann in dem eigentlichen switch case nur aufrufen ähm aber wie gesagt ist mit dem code block könnten sie mal ausprobieren gut möglich dass das funktioniert ähm wie gesagt ich bin der meinung dass man das schöner machen könnte wenn man äh die eigentliche fallbehandlung dann in der methode auslagert und in dem switch case nur auf diese methode verweist können sie ja mal beides ausprobieren und sich dann entscheiden was sie besser finden ok ähm probieren wir mal aus ob das funktioniert ich starte meine anwendung neu und ich glaube es funktioniert weil ich gerade was gesehen habe aber sehen sie jetzt hier äh ich kann die siegbar verändern und ich kann die siegbar verändern und dann ändert sich der text wenn ich die app starte oder neu starte dann ändert sich hier dieser wert auch ähm attribute lässt keinen job auf schauen wir gleich mal rein ähm lassen sie mich ganz kurz noch ähm und ignorieren sie diese komischen meldungen von dem nightbot sie einfach nur eine package id gepostet und sie dürfen auch links posten kein problem ganz kurz eine sache noch ähm hier wenn ich die app starte ähm wenn ich die die app starte ähm dann ändert sich gleich auch der label weil wir haben nämlich gerade unbemerkt zwei fliegen mit einer klappe geschlagen wir haben nämlich gesagt was passieren soll wenn sich die äh der wert von der progress beändert weil nämlich hier ähm irgendjemand was macht aber der gleiche callback wird auch ausgelöst wenn wir programmatisch diesen wert ändern das heißt dadurch dass wir in dieser init methode hier den progress setzen also wir setzen diesen expliziten startwert für diese beiden sieg bars lösen wir automatisch das erste mal diesen event aus der den ähm die änderungen an der sieg bar äh dann transportiert und wir geraten automatisch in diese on progress change methode schon bevor die nutzer nutzerin das erste mal interagiert haben und dieses setzen von dem text label mit einem bestimmten wert wird auch schon äh automatisch bei dem äh setzen von diesem default wert in der sieg bar also dem fortschritt der sieg bar entsprechend ausgelöst also kleiner mehrwert oder kleiner erleichterung von uns die wir jetzt durch die art und weise wie wir das implementiert haben ähm tatsächlich erreicht haben lassen sie uns ganz schnell eine sache noch machen ähm und dann hören wir auch auf für heute ähm ich würde nur noch damit wir wissen wo wir morgen morgen nicht am wochenende streame ich ganz sicher nicht aber vielleicht nächste woche dann fortsetzen können wir können ja vielleicht auch vor freitag einen termin finden wo wir das noch ein bisschen anschauen ähm ich würde nur gerne hier in unsere on result button klickt methode ähm vielleicht schon mal damit anfangen dass ich die werte auslese die ich dann in den intent übergeben muss und den intent mir vielleicht sogar schon zusammenbaue ähm und dann können wir an der stelle weiter fortsetzen also ich lese mir jetzt aus wenn auf diesen button geklickt wird und ich in dieser methode lande was sind denn die werte die aktuell die nutzer und nutzerinnen ausgewählt haben ähm das ist einmal für uns relevant number of roles und das ist ähm wir haben wir die current role count haben wir das ganze genannt current role count ähm get text to string das ist auch wichtig das ist ein text view das hier diese get text methode und gibt uns noch nicht den inhalt zurück also noch nicht den text als solches sondern das ist so ein ein schar sequence ähm also noch kein string und den wandeln wir in einen text um dann haben wir den inhalt von diesem label und weil wir das ganze als zahl brauchen machen wir auch wieder genauso wie wir es gerade bei dem string gemacht haben ein bisschen parsing und wir sagen wir würden gerne aus diesem string eine integer variabel berechnen oder ein integer wert berechnen und speichern uns das schon mal in dieser lokalen variabel ab das gleiche machen wir ähm number of people ist aus dem text für ausgelesen der aktuelle text umgewandelt in einen richtigen string und gepasst zu einem tatsächlichen integer wert und mit den beiden werten können wir jetzt an den intent befüllen und das schreibe ich jetzt nur noch mal als to do auf ähm put values in intent to do start next activity with ja das ist das was wir machen wollen ähm das hier können wir raus löschen und das ist die unser arbeitsauftrag für die nächste woche so jetzt danke ich ihnen erstmal für die aufmerksamkeit wenn sie so lange dran geblieben werden erster teil von dieser sitzung wird dann auch später als video noch hochgeladen auf youtube und sie können sich das natürlich auf twitch noch mal anschauen ich ähm schreibe ihnen später im discord wann wir vielleicht weiß nicht montagabend oder so das ganze noch mal fortsetzen können wenn sie lust haben und den zweiten teil implementieren und jetzt äh nach dieser verabschiedung ähm ich verabschiede sie richtig damit es im video das habe ich gelernt äh auch ein schönes ende hat vielen dank für ihre aufmerksamkeit ähm wenn sie möchten sehen wir uns jederzeit im discord bei fragen und problemen und ansonsten dann im nächsten live stream oder natürlich auch in einer der übungen in der nächsten woche bis dahin auf wiedersehen bis dahin Vielen Dank.